Hallo und herzlich willkommen bei Kochen und Backen mit Mel und Mo. Wir machen eine weiße Bolognese. Der Zeitaufwand beträgt maximal 25 Minuten und die Nährwerte beziehen sich auf eine Portion. Zuerst erhitzen wir 2 Esslöffel Öl und braten darin 500 Gramm gemischtes Hackfleisch an. Mit einem Teelöffel weißen Pfeffer würzen. Und einem Teelöffel Salz. Dann eine fein gewürfelte Zwiebel hinzufügen. Nach dem Anbacken mit 250 ml Rinderbrühe ablöschen und beiseite stellen. In einem Topf 50 Gramm Butter erhitzen. Und 40 Gramm Mehl hineinrühren. Schubweise 250 ml Milch hinzufügen. Und dabei ständig rühren, damit keine Klümpchen entstehen. Danach ebenfalls schubweise 250 ml Rinderbrühe einrühren. Danach das Hackfleisch hinzufügen. Und 100 Gramm Sahneschmelzkäse. Eine Prise Muskatnuss hinzufügen. Und mit Salz und Pfeffer abschmecken und anrichten. Teilt unser Rezept mit euren Freunden und Familie. Und schaut euch noch andere tolle Rezepte von uns an. Danke. Bis zum nächsten Mal. Danke. Danke.